Hast du das schon mal gemacht? Aber natürlich. Schon unzählige Male. Mit Parteimitgliedern? Ja. Auch von der Gedankenpolizei? Mit den Schweinen nicht. Obwohl es viele möchten. Hör zu. Ryan hat es mir verhasst. Ich hasse Freundlichkeit. Ich wünschte, es gäbe keine Tugendhaftigkeit. Ich möchte, dass du verdorben bist. Nun, dann sollte ich dir recht sein. Ich bin bis ins Innerste verdorben. Findest du auch Spaß daran? Ich meine, nicht nur mit mir. Ich genieße es. Anschließend möchte ich noch ein paar Worte sagen über die Wirkung dieses zukünftigen neurologischen Unternehmens. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo es keinen Orgasmus mehr gibt, werden auch die letzten noch vorhandenen Vorurteile gegen die Prinzipien von Inksock überwunden werden. Und einer künstlichen Befruchtung wird nichts mehr im Wege stehen. Mit anderen Worten, der unorthodoxe Wunsch nach eigenem Leben, der ständig die natürliche Entwicklung der Menschheit bedroht, wird durch den Organismus im biologischen Sinne nicht mehr unterstützt werden. Wie wir alle wissen, führen biologische und soziale Veränderungen auch zu privaten Veränderungen innerhalb der Familie. Sie stehen nicht im Einklang mit den Parteibedürfnissen, denn sie führen zu einem Zusammengehörigkeitsgefühl, was letzten Endes immer zu Gedankenverbrechen führt. Die Einführung der künstlichen Befruchtung in Verbindung mit einer Abschaffung des Orgasmus macht die Familie in wirkungsvoller Weise überflüssig, bis es nicht mehr möglich sein wird, zu empfangen. Danke.